Noch mal der erste Satz, der ist nicht ganz drauf. Vielen Dank, Linda. Ich werde mich dafür revanchieren. Dann müssen wir keine Drohung machen. So, danke. Du darfst dich mal im Uhrzeigersinn zu mir drehen. So, geht noch weiter. Schönen reichbeinig. Linke Hand auch. Beide in die Linke. Schönen reichbeinig. Okay, genau. So, ich mache ein Teil aufhalten. Am Anfang musst du mich an seiner Rücken gleiten lassen. Nach zwei Metern merkst du, dass du schon alleine rutschst. Wenn du das rauskommst, dann kannst du nicht mit dem Kilo hinnehmen. Ein bisschen Kraft. Kilo oder Anspannung. Setz dich ein bisschen rein in den Gurt. Jetzt kannst du dich nach vorne rausgriffen lassen. Sehr gut. Nicht so verkramt fühlen. Einfach runterrutschen. Lassen wir den Oberkörper ab. Sehr gut. Seil nach hinten geben und das Seil mal auf den Oberschenkel legen. So ein bisschen tiefer, ja genau. Sehr gut. Oberkörper ablassen. Füße bleiben noch da, wo sie sind. Noch mehr ablassen. Noch mehr. So, und jetzt Hände ganz locker lassen. Seil durchrutschen lassen und Gas geben. Viel Spaß. Jo. Sehr gut. Bei den Leuten läuft da hinten. Der hat richtig Spaß. Ja. Problematisch. Ja. Ja. recginos. Markus, schlottern dir schon die Knie? Ein bisschen, ja. Das passt schon. Das ist ein bisschen, ja. Dann kann das auch komplett loslassen. Vielen Dank.